Musik Wie seht ihr unsere schöne neue Gondelbahn? Der Grund, wieso ihr jetzt hier wisst? Die schöne Aussicht, die ihr hier geniessen könnt, plus die 10er Gondel. Die können im Nu hier oben sein. Der Grund, hier auf die Männlichkeit zu gehen, ist die herrliche Aussicht, die wir hier haben. Und natürlich auch Fliegen. Hallo zusammen, kommen wir in die Jungfrau-Region. Aber Männer können den Alltag bei Schärner Meter behalten, zum Eiger, Mönch und Jungfrau fliegen. Für wenig Geld, weil wir sehr nahe sind. Ihr könnt das Feast mitfliegen. Ich wünsche euch alle zusammen eine schöne Erfolg. Wir tun euch die Ehre auf. Ein weiterer Grund, um auf Eiger, Schärner und Jungfrau zu kommen, ist das einzigartige Panorama von Eiger, Mönch und Jungfrau. Der Exklusiv-Blick in dieses Wunder Schärner-Skigebiet, das hier vor uns gilt. Schön! Super! Sehr gut! Ski-Schule, Ski-Paradies-Männliche, Jungfrau, wir haben hier eine wunderbare Anfänger-Gelände mit dem Zauber-Teppich, hier rechts, wunderschönen Tannenlicht und auch die 100 Meter ab. Wir kommen jetzt hier mit Ski-Paradies-Männliche. Ski und Schuhe, könnt ihr hier für eure Kinder direkt vor Ort im Wintersport-Männliche mieten und Helmen hätten wir sonst auch noch. Wir sind hier in Schwänglichen und haben natürlich über 130 zufrieden gute Stühle mit schönen Wunddecken und kommen und machen das noch nicht. Los! Zu diesen superen Stühlen haben wir ein feines Haus gemacht. Danke vielmals. Als Speicherpaar machen Sie eine super Schneeflöcke. Danke vielmals. Danke vielmals. Und die Tschinli ist auch noch fein. Guten Tag, Prost! Hier ist der Grund, dass die Männer gleich an Skifahren und hier an der Lägerbahn im Brabmann und ausgibt zu essen. Die sind ganz fein. … quien für die Lori Spring und die People Weekend zu essen